Hi, ich bin Christian Laaf, bin Dozent für Vertriebspolitik, unterrichte das zweite Semester Master und wir werden heute einen Vortrag hören von den Studenten. Die Studenten werden heute ein Start-up vorstellen, mehr will ich noch nicht verraten. Wir haben Gäste da, Lenke Steiner, ehemalige Juror in der Hülle der Löwen ist da, unsere Präsidentin, der Geschäftsführer, also es sind alle da mit Rang. Bei dem davor, Karl sitzt hier oben an der Tasche und ja, das war unser letzter Sitzling aus der Fahrt. Der zerkleinert sich nicht so schnell, er hat ein niedriges Gewicht, besteht komplett aus recyceltem Kunststoff und ist made in Germany, da wir ja auch in Deutschland ansässig sind. Das war's, was Sie sind? Das war's, was Sie sind? Oder Sie sind? Wie ist die Kriste? Und hier ist, was Sie nicht mehr, dass sie herausfunden lassen. es sind nicht mehr, wenn man auch nicht mehr, dass sie nicht mehr, was, dass sie nicht mehr, Vielen Dank.